Was war denn das überhaupt? Diese Kugel-Seite? Zeigen mir den Weg oder wird? Anscheinend schon. Okay. Gut. Also wenn es mich nicht alles täuscht, jetzt kommt es mir so vor, als müsste ich jede Seite, was hier unsere Kollegen in der wirklichen Welt sieht oder anzieht hat von einem Buch, muss ich dann hier drin spielen und dann passiert dann irgendwas wahrscheinlich. Kommt es mir jetzt so vor. Ich habe jetzt einfach irgendeine Seite genommen und dann scheint es ja eine andere Welt, weil das kenne ich ja noch nicht hier, das Ding. Hm. Aha. Oh mein Gott, Alter, das sieht so komisch aus, aber auch so geil. Hä? Hä? Ich kann hier oben gehen, ohne dass ich runterfall? Äh, da 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 da. Was spielen kann ich jetzt nicht wirklich da oben, okay. Fuck man, die G... Ich will... Ich will... Hallo? Ich will wieder da... Nee, 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 komm. Ich will wieder da rauf. Okay, danke. Okay. Was weiß ich, was ich hier mache und... Äh, keine Ahnung. Wofür sind diese Würfel? Was bringen mir die? Der Weg ist zu. Oh Gottchen. Aha. Da bringt mir auch gar nichts. Aha, hier. Kann ich hier raus? Aha. Ist er wieder hier oder... Hier. Okay, dann nehme ich den ungefährlicheren Weg. Ja, da wäre... Es gibt zwei Wege einfach nur. Keine. Aber okay. Boah, da kriegt man ja so ein... Alter, das sieht so irgendwie aus. Äh, ich... Ich kenne gar nicht mehr aus, wo oben, oben und unten eigentlich ist. Puh. Aha. Das sieht mir nach... Dingen aus, wo ich nicht durchkomme. Es sei denn, ich tanze. Okay. Warte, jetzt habe ich... Hier orange oder goldene Dinge? Warte, ich blaue. Hm. Okay. So. Ich habe auch... Ich habe ja auch keinen Plan, ob... Diese pinken Dinge mir jetzt was tun oder nicht. Äh, ich mache einfach nur zur Sicherheit. Mein Schild. Ich habe das vielleicht einsammelt irgendwie... ... was da immer, wenn ich da bringe. Ich kam es langsam so vor, dass ich das irgendwie einsammeln müsste. Ich weiß noch nicht wofür. Oh Gott. Oh Gott. Wow, 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 wow. Boah, Alter. Wuhu. Shit. Warum? Hä? Tolle Wurst. Warum? Hä? Was bringt mir das jetzt? Der Ding geht ja gleich mal down. Hä? Oder nicht? Okay. Okay, jetzt geht's. Komisch. Komm, komm, komm. Weiter, weiter, weiter. Ich habe Angst, dass die Kacke hier einstützt. Oder runterfliegt oder was weiß ich warum. Okay. Und hier. Und hier. Und jetzt. Ah, hier. Kann ich hier irgendwie durch? Äh, nö. War ich hier schon? War ich hier dringend schon? Ich habe keine Ahnung. Ja. Also hier verließe ich sofort die Orientierung. Weil, ist klar. Aber da kennen sie ja keines aus. Hä? Und hier. Und hier ist das. Okay. Das ist einfach der Weg. Ja, genau. Hier war ich aber noch nicht. Aber. Habe ich hier den anderen weggenommen. Jetzt. Gut. Na gut. So. Mal hier durch. Weil der Ding, würde ich mich alles hier festhalten. Habe ich auch schon gepeilt. Und irgendwas trampelt hier gerade. Ich weiß nicht, ob das, äh, einfach so ein Effekt ist. So ein Geräusch. Und ob das hier wirklich wieder dieser, dieses Monster ist. Was? Aber what the fuck ist das für die große Kugel hier? Der leckt mich am Arsch. Oh. Okay. Was? Okay. Hier oder dort? Super. Was? Was? Ausweichen? Wie? Was sind ausweichen? Wovon sie nicht ausweichen? Von den Dingen oder was? Aha. Ich werde noch bescheuert. Ja, okay. Es gibt einfach wieder zwei Wege. Ich weiß nicht, warum es zwei Wege gibt. Aber es gibt zwei Wege. das been an. Ja. Wo-oh. Schmetprin形. Okay, unten ist das極ene, oder? nicest. Alles klar. Langsam komme ich rein in die Steuerung. Und alles mögliche. Okay, ist aber auch nicht so schwer. Ein Winzino hoch, und bang. Ich weiß noch nicht, was dich da bringt, diese Bauklötze. Ich habe keine Ahnung, aber Wayne. So, was haben wir hier? Hier sieht es nach Gefahr aus. Sieht jetzt hier nach Gefahr aus. Mit diesen fliegenden, was weiß ich, was das heißt. Ja, wegen diesen schwarzen Dingen. Aber ich habe meinen Schild, das heißt, passieren tut im Moment nix. Hier komme ich durch. Hier hinten ist nix. Ja, okay. Hä, hallo? Okay. Uiuiui. Dann hier durch. Warte, spring. Jo. Äh, ich sehe auch fast nix. Diese Kamera, Mann. Aha. Okay, passt. Was ist denn jetzt schon? Ich f*** mein Leben. Weg. Äh. Was ist denn das für den Sound, Alter? What the fuck? Okay. Weg. Weg. Hau ab. Hey, das ist doch das gleiche, oder? Oh, Leute. Ja, 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 du kannst mich mal. Hau ab. Okay. So, und jetzt? Ah, hier. Hier oben kann ich kein Schild machen, oder? Aber hier. Okay. Okay. So. Dann hier. Das ist ein Platz, aber was ist denn, ist das? Sieht irgendwas, wenn ich draufgehe? Bäh. Nö. Auch wieder das Thema mit den zwei Wegen. Ich kapier's nicht. Wofür gibt's zwei Wege? So, was soll ich hier machen? Ja, aha. Ah, ne, hier. Pack. Hier kann ich ja schieben, oder? Aha. 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 Was? Oh, shit. Äh. Ja, jetzt chill mal kurz. Verdammtisch. Was soll ich jetzt machen? Äh, 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 äh. Ich bringe mir das, dass ich muss. Ich glaube jetzt nicht, aber. Ich kann's nicht mal, Junge. Ich hab hier mein Schild. Leck mich. Hau ab. Der hat... Dein Ernst? Du könntest mich easygoing erledigen? What the fuck ist das für ein Monster, bitte? Und anscheinend, wenn ich hier das Schild hab, dann juckt die Schreie auch nix. Also, what the hell? Der, der, der Boss ist, äh, äh, das Monster ist echt sehr komisch. Hm. Und unsere Kollegin eigentlich auch hier, weil, okay, die zuckt zusammen. Wenn der schreit, verstehe ich. Aber, wenn sie das Schild hat, dann ist instant, okay, juckt mich nicht mehr. Und alles vorbei. Und ich bin geschützt. Und ich hör auch nix mehr. Oder was ist hier los? Keiner. Anscheinend. Gut. Ist hier wat? Nö. Ist hier wat? Ich hab eigentlich, dass ich runterfall. Ne, hier ist nix. Okay, hier ist ja, ich, hier ist auch wirklich irgendwie gar nix. Außer diese komischen Blöcke oder sowas hier einsammeln kann. Irgendwie ist hier sonst nix zum einsammeln. Hm. Hm. Okay, und jetzt? Ja, einfach weiter. Okay. 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 Vielen Dank.